Nachgeladen haben wir. Scheiße, dass es so dreckig ist. Ich möchte diesem komischen Riesenvieh auf keinen Fall begegnen. Sag ich doch. Auf keinen Fall. Nee, im Leben. Wir brauchen einen verfickten Rucksack und ich brauche eine scheiß Werkbank. Ich brauche meine Waffenfall wieder zurück. Schauen wir mal ganz kurz auf die Fahrt in der Hand. Das ist so ein Holzding, das frisst. Da ist ein kleines Hütchen. Vielleicht finden wir ja da ein bisschen Zuflucht. Warum gehen wir gerade so langsam? Oh, das ist so fick. Jetzt aber hoch. Zack, ich hier hoch. Oh, hier können wir schlafen, Herr Hunde. Oh, hier ist auf jeden Fall einiges los. Ich sehe schon. Oh, nicht Lertaste. M. Wie Map. Ach, ein Camp ist das hier. Okay, schön. Das Gebiet ist, ich muss sagen, das Gebiet kommt mir jetzt nicht ganz so groß vor wie das. Wobei, wenn man, ich sag lieber nichts. Ich gehe jetzt halt von den grünen Punkten aus, dass das das Gebiet ist und nicht der braune rechts da, ne? Hier in der Richtung da rechts, dass man da langen kann. Glaube ich nicht ganz. Weil da ist ja der See da. Wenn ja, dann ist das doch wieder ein riesiges Gebiet. Das könnte dann doch etwas länger dauern. Alter. Da war es gerade. Oder das Viech? Alter. Nee, da ist ein Wolf. Huch. Kriege ich laule Nachrichten. Bitte sag mir, dass ich hier irgendwo meinen Scheiß reparieren oder dingsen kann oder zumindest mal putzen oder so. Nee, natürlich nicht. Nein, 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 das ist doch toll. Es gab gar keine Mundi. Okay. Wir können da rüber. Schau mal. Nein, nicht in. Ganz kurz auf die Map. Wir können da also doch hin. Oh mein Gott. Das ist wieder so ein riesiges Gebiet. Oh nein. Ich kann da gar nicht lang. Doch, hier kann ich lang. Ich kann da nach da drüben. Könnte ich ja eigentlich mal machen. Ja, ja. Du hättest nicht herkommen, so ein Streuner! Uuuuh. Uuuuh. Ah, das sind so Riesenkrebs. Ich dachte, ich... Uuuuh. Tja, schön aufges... Ach, gewichtete... Pah! Tja, schön aufgespießt, wa? Tja, schön aufgesporen. So. So. Tja, schön aufgesporen. So. So. Okay, was, 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 was? Ah, nochmal, Molli, schön. Hat der denn nicht ne Knache? Da, da. Oh, schön, endlich mal, oh, ein Flinte mal wieder, also ein Gewehr, eine Kanone halt eben. Schön. Okay, warte mal, oh mein Gott. Oh, wir erkunden natürlich erstmal, wir gehen noch nicht weiter. Oh, was, wir erkunden hier. Ach ja, da komm ich da wieder, okay, alles klar. Kapiert, da komm ich dann wieder da rüber. Aber da geht's noch irgendwo rein. Das ist dann wieder so ein, kein Nickel. Was genau soll das bringen? Ich, ach, das frag ich jetzt auch nicht. Hier kann ich rein. Schick. Schauen wir doch mal, wa? Schauen wir doch mal. Da gibt's doch nichts zum Verlieren. Schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Wie ist mein Licht noch hier? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Aber ich habe auch noch das Gerät zum Aufladen. Jawohl. Perfekt. Na, warte. Durch. Oh, nichts. Wie viel Muni habe ich hier nicht dafür. Oh ja, genug. Hä? Oh Gott. Alter, ich muss mich nicht mehr verjagt. Ja. 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 Boah, holy shit, habe ich mich gerade verjagt, Alter. Alter. Du Wichsig, ey. Ohne Spaß. Hier. Alter, habe ich mich verjagt, ey. Alter, Finde. Du Drecksack, Alter. Boah, habe ich mich verjagt, ey. Ach, hier sind wir dann wieder. Alles klar, okay. Ja, ich würde sagen, dann schauen wir doch, da laufen wir doch mal zu dem X. Mal schauen, was es so gibt. Alter, diese Böse. Gefallen mir gar nicht. Gefallen mir doch mal zu dem X. Warum, die laufen einfach nur weg, die interessieren sich gar nicht für mich. Das schmeckt mir gar nicht. Gar nicht. Da ist ein Camp. Oh, es fängt draußen an zu regnen. Schick. Gebe ich da hoch? Easy. Oh nein, muss ich da hin? Nee, muss ich nicht. Aber ich kann. Ja, mein Gott. Krieg ich da rüber. Ja, komm ich. Wie schnell die nachlädt jetzt. Alter, ich will da nicht hin. Da gehe ich drauf. Ja, ich will gerade sagen, könnte übrigens sein, dass es noch öfters mal ein bisschen... Ups, mein Handy. Nein. Pst, 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 pst. Schön weiter. Ich bin gar nicht da. Ui. Ich bin... Gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Ich bin da nicht hoch. Guck, guck. Ja, geh doch da hoch. Ich will nämlich nicht unbedingt da unten irgendwo rein, wo... Herr Gebrüll herkommt. Naja. Sieht schon nice aus, ne? Hat was. Das klingt ja vielversprechend. Ich müsste nicht da irgendwo hin. Das kann nicht gut gehen. Ich komme da gar nicht lang. Gott sei Dank. Verdammt. Mist. Sieh mal, noch einer. Ich hab doch gesagt, der ist nicht da lang. Also gut. Lass uns das Seil durchtrennen und ihn mit dem anderen zum Lager bringen. Ey, wartet mal. Ihr Pioniere habt schon einen. Und der hier ist unser Fang. Er wurde auf unserem Territorium erwischt. Das Netz gehört mir, also leck mich. Warum habt ihr die Falle dann auf unserem Territorium ausgelegt? Abgesehen davon habt ihr schon den Rucksack eines Eindringlings. Ich bin nach dem Rucksack getaucht, als du dich verdrückt hast. Ich hab mich verdrückt? Ihr seid Piraten. Ihr habt mehr Boote. Und der hier wird dem Waldrat vorgeführt. Ihr seid alle Feiglinge. Er ist ein Eindringling. Ein Feind. Bist du ein Bandit oder was? Was hat der Lehrmeister gesagt? Er hat gesagt, wir müssen anders sein. Hast du das vergessen? Wirst du nicht etwas übermütig? Der Lehrmeister wollte, dass wir uns erst verteidigen. Alles andere kommt später. Habt ihr vergessen, was die Eindringlinge hier wollten? Er ist auch ein Eindringling, also muss er sterben. Der die anderen nicht herbringt. Es reicht. Zuerst kommt der Waldrat. Der Rat bestießt dann, ob wir ihn töten. Die Strenkrang! Die Monoton! Die Monoton! Ja! Die Monoton! Ja! 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 Ufff! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das bedeutet, dass du gefährlich bist. Verdammt. Verdammter Rucksack. Ich war zu gierig. Ich war zu gierig. Tja, dann erschieß mich. Oder hau ab. Ich muss mich bereit machen. Für die letzte Prüfung muss dem Lehrmeister sagen... ...dass ich unsere Leute verteidigt habe. Dass ich mich nicht verdrückt habe. Dass ich die Mädchen nicht bedrängt habe. Lehrmeister, ich bin hier. ...dass ich mich nicht bedrückt habe. ...dass ich mich nicht bedrückt habe. Genau. Also los. Ja. Ja. Aber sag mir eins. Wie habt ihr es geschafft, den Begister nicht zu sehen? Er kann leise gehen. Und wir waren abgelenkt. Ein weiterer Eindringling ging in die Falle. Und Eugene forderte vor lauter Aufregung die ganze Beute. Oder zumindest die Spiefe. Was zum Teufel! Leute, ich lade... Oh, schön. Wie lange war ich jetzt gemutet? Jetzt darf ich alles nachsynchronisieren. Nooo, meistert dumm. Meistert dumm.